Ja, was ist denn heute, Mensch? Freitag, stell dir mal vor, Freitag, der 12.06. ist so ein Feiertag, oder? Das ist mein Feiertag, ich hab heute Urlaub. Zweiter Urlaubstag, italienische, gute Wurst, hier Bauchspeck, ordentlich, und Knoblauchsalami, Fenchelsalami. Naja, und dann hier noch so eine Pancetta speziell mit Jutta-Butter, guten Oliven, Meloncello, der muss erstmal in die Kühlung rein. Riecht die aus der Abruzzen, richtiges Olivenöl, guck dir mal die grüne Farbe und den Faschnuss an. Ist doch nett, lecker, oder? Ja, Frau Coccini, komm erst nachmittags ran, guck dir die Kruste von diesem Brot an. Ich möchte in dieser Kruste wohnen, Gott sei Dank hab ich ein bisschen mehr geholt. Darf es ein bisschen mehr sein? Ja, schneid mal eine Scheibe ab. Ha? Du? Und neues Salatbesteck aus Olivenholz, Öl, Olivenholz, Schnickschnack, hab ich mir auch geholt. Geht euch mal das Brett an, ist doch ein geiles Brett, oder? Ha? Das kauft man eh mal im Leben. Und der Vietnamese war auch noch ganz nett. Und wir haben alle gelacht und gegackert und die haben mich angeguckt auf diesen Markt. Ich hab natürlich den ganzen Markt dominiert. Also, ich werde auch keine Avocados mehr kaufen. Ich hab einfach ein Avocadoöl, die holt zweimal. Und ein Senföl, damit ich mein Senf dazugeben kann. Traubenkernöl, gut für die Haut. Naja, ein Sesamöl, gut für den Geschmack, den brauch ich beim Laylay nicht einkaufen. Verstehst du denn, dann würde ich auch noch wieder mehr holen. Ja, das möchte ich. Ja, das schmeckt mir. Yeah. Ja.